Ich denke der Patronum! Warum ist denn... ach so! Spring! Los, spring! Scheiße! Haha! Der hat geschlossen! Boah, ich bin grad so ein Aufnahmebock! Ich will das jetzt durchspielen, aber das werde ich niemals schaffen! Nein! Werd ich niemals schaffen! Aber genug Aufnahmen sammeln! So, weiter! Schau, wie das geblitzt! Wow! Das hat nicht funktioniert, wie du dachtest! Hm... Schau dann! Oh! 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 Ähm... Das nächste sind Steine! Ach! Jetzt haben wir... Müssen wir da rein? Oh, wie cool! Das ist jetzt unser Lager! Ach, wie schön! Woher kommt der? Woher kommt er her? Ja! Wie kommt der hierher? So! Wie kommst du hierher? Das ist unlogisch! Du kannst gar nicht hier sein! Was macht er hier? Also... Oh! Und hier sind sehr viel Aufspinnen! Musik! Ach, wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie geil, ey! Wie geil, ey! Wie geil, ey! Ganz ehrlich! Einfach mal... Breakdancer! Wie geil ist denn das, ey! Ganz ehrlich! Warum Breakdancer? Ich glaube, wir sollten hier raus! Ah! Die Rundtreiberkarte! Ah... Äh... Hä? Genie? Neville? Semus? Was zur Hölle geht hier gerade vor? Was? Ja, hier blitzt auch gerade. Findet ihr eine Frage? Ey, wie krass ist denn das? Wie krass ist denn das? Wir können ja zu den anderen wechseln immer. Und das hier? Kommen wir so zum Zelt zurück? Ach, wie geil ey! Oh, hier haben wir gefunden. Das war Helmine, Mysterium. Check! Ah ja, Helmine und deine Riesentasche natürlich. Boah, wie geil es ist ey! Wir haben Harry Potter eindeutig ein bisschen schon verbessert. Oh! Farben! Ballons! Ganz ehrlich, so sehen keine Ballons aus. Aber egal! Das ist ja Lego. Das ist ja Lego. Das muss ja so aussehen. Ja. Ähm. Okay. Ja, Jungs, so macht man kein Zelt. Hermine hat schon ein Zelt gemacht. Oh! Spinnst du? Spinnst du? Spinnst du auch weh? Äh. Boah, ich glaube diese Staffel wird richtig lange dauern, weil wir wissen ja glaube ich alle, also die siebten Teile sind ja richtig, sind ja die längsten Teile. Weil das so richtig erzählt werden muss. Boah, Luca geht's ja mal beim Frühtun. Ich glaube ich weiß, dass wir jetzt James und Lily Potter das Grab finden sollten, aber... Oh! Achso, sie müssen die Gräber durchsuchen. Achso. Sag das doch gleich. Ah, nein. 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 Scheint auch nicht. Ein bisschen die Lunabrillen. Sollten man vielleicht mal anziehen. So. Na, die Whiskyf ist gar nicht vergessen. Blumenweiß einfach mal schön ist. Entschuldigung, musst du kurz lesen. So. So. Entschuldigung, Harry. War nur extra. Nein, natürlich nicht. Okay. Ein Lager voll, genau. Nein, das ist auch nicht. Wie kommt alle daran? Das ist echt unmöglich. Ganz ehrlich, kann man euch nicht mal einmal alleine lassen. Dann vielleicht sollte ich nicht mal essen. Ach so, das ist doch Dumo. Ähm. Hier eine Tasche. Ja. 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 Ist das eine Bombe? Oh Mann, wo ist denn das? Ich weiß gar nicht mal, was wir suchen. Ich habe den Film so lange nicht mehr gesehen. Ich habe auch alle Teile. 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 Ich habe auch die Sublime. Ich habe das Ding so lange nicht mehr gesehen. Bestimmt habe ich hier auch irgendwas, was ich übersehe. Immer irgendwas. Natürlich. Natürlich habe ich das hier übersehen. Das ist okay, ich kann es nicht sehen. Sorry, Harry. So cool. Harry? Ja. Bäh! Bäh! Kante Frau, ey. Und ihr geht einfach mit. Aua! Das tut glaube ich weh. Oh Gott. Ich glaube, wir müssen nochmal ein Feuer. Ja. Oh. Ja. Ja.